Hey, cool dass du auf den Link geklickt hast und dich für uns interessierst. Wir sind alle Naturpur Bäckerei in Sottrom ansässig und bei uns steht Naturpur für die Menschen die hier arbeiten. Mein Wunsch und mein Ziel ist es daran zu arbeiten, dass jeder der hier arbeitet auch wirklich hier arbeiten will, Spaß an Veränderung hat, gemeinsam mit uns was gestalten will, die Zukunft gestalten will, natürliche Backwaren liebt, den Umgang im Team liebt, Menschen liebt. Daran arbeiten wir hier mit Hochdruck und wir brauchen immer wieder Leute wie vielleicht dich, die eben nicht nach hinten schauen und Angst vor Veränderungen haben, sondern wirklich aktiv mit uns hier gemeinsam Spaß haben und Dinge voranbringen. Bei uns arbeiten ganz tolle Menschen und in unserem Team werden immer wieder Leute gesucht und eben auch Schüler oder Aushilfen, gerne auch mal fürs Wochenende, die einfach Lust haben am Umgang mit tollen Backwaren und Menschen. Ich würde mich freuen, ich habe dieses kurze Video jetzt einfach gemacht, um dich auch direkt anzusprechen und dort vielleicht abzuholen, wo du jetzt bist. Wenn du Spaß daran hast oder wenn du mal Interesse hast, dann schick uns eine Nachricht unter dem Video, den Button drücken und uns direkt eine Mail, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, wahrscheinlich eine Mail schicken oder eben eine Nachricht aufs Handy oder direkt anrufen, vielleicht mal ja auch zwei Button, einen anrufen und ein Mail schicken oder sowas. Also unter dem Video ganz unverbindlich mal nachfragen, vielleicht ist es was für dich. Glaub mir, wir haben hier viel Spaß und es geht mächtig voran und vielleicht bist du genau derjenige, der uns noch fehlt, um noch besser voranzukommen. Also, wir freuen uns auf dich, melde dich, Jörn Holste, ich bin raus, ciao. Bis zum nächsten Mal.